Oh, was macht ihr denn hier? Schon so früh dran? Hey, hallo, ich bin der Gameplayer100 und was machen wir auf diesem Kanal? Ganz einfach, wir spielen verschiedene Spiele, deswegen auch der Name Gameplayer100. Wie zum Beispiel jetzt Minecraft hatten wir schon gespielt, Fortnite spielen wir zurzeit, was spielen wir noch? Das kostet 4, spielen wir noch und Roblox spielen wir noch und ich mache auch ein paar Musikvideos, die kann man auch Poutine nennen, das ist eigentlich egal und ihr denkt, jeder zehnte Kanal macht sowas halt. Aber nein, ich will was ändern, nämlich ich habe Unterstützung gekriegt. Ja, ich habe Unterstützung gekriegt von Evil Morty, ich reagiere rauf und der Timo. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, danke an die Leute, die mich da unterstützt haben und ja. Also ihr denkt schon, ja gut, bisschen Starthilfe, kriege ich jetzt auch nichts Besonderes. Aber, wenn ihr mich abonniert und liked, werdet ihr 10 Jahre Glück haben, nein, war Spaß. Äh, sowas meine ich. Ähm, aber könnt gerne abonnieren und liken und ähm, ja. Ihr kriegt jetzt zwar keine 10 Jahre Glück, aber ich würde mich sehr drüber freuen und bitte kommentiert gerne, weil ich kriege sowohl keine Kommentare, die mich anmeckern. Ist mir egal, ob ihr mich anmeckert, keine Ahnung. Hoffentlich kommentieren. Auf jeden Fall, ciao, ciao und ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Ciao.